Hallo ihr Lieben, es ist wieder so weit. Mein Name ist Monia und ich bin von Simple Life Stories und komme zu euch mit einem Päckchen vom Planer Buddy Club. Ich entschuldige, dass ich dieses Video wieder in beiden Sprachen machen muss, in Englisch und in Deutschland, aber Christy, der das Päckchen hat, ist aus den USA und ich möchte sie verstehen, was ich spreche. Ich möchte, dass du natürlich, liebe Christy, verstehst, worüber ich rede und deshalb Two Languages. Ja, ich mach mal auf. Ich liebe Christy's Packages. Christy's Pakete sind immer so voller Liebe gemacht, deswegen freue ich mich immer riesig da drauf. Und das hier ist auch wieder super voll mit wunderschönen Sachen, das sehe ich schon. Ich habe diese Paperclips noch nirgendwo gesehen, keine Ahnung, habt ihr die schon mal gesehen? Vielleicht hinterlasst ihr mir einen Kommentar, würde ich mich interessieren. Das sieht richtig toll aus. Oh yes, of course, it's winter Christmas time and this is for winter. So beautiful. Oh, sind die schön. Merry Christmas and Snowman. And you can see, Center is also there. Hello Kitty, yay. Reindeer. Center and the reindeer. Oh, beautiful. Christy, thank you. Love them. So, this is another closed package. Ein weiteres verschlossenes Paket. Mal schauen, was es da schönes drum gibt. Noch mehr Sticker. I'm in Sticker Heaven, Christy. Thank you. So cool. See what's in it. Yep. Birthday stickers. Washi tape samples. Oh, I'm in love with these golden hearts. See them. Well, I'm sorry if I don't add them all to the Plana Buddy Club. But, you know, I'm just in love with these. Muffins. Super cool. Love those. You know, these are perfect for me because they are for YouTube videos making, editing. And then I most probably think that I have to post on Facebook and Instagram and Pinterest and so on. So, love these stickers. Damit werde ich hoffentlich nicht mehr vergessen für euch bei Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube zu posten. Also, YouTube vergesse ich nicht, aber den Rest, den vergesse ich doch schon hin und wieder mal ganz gerne. Oh, sind die niedlich. Docks. That one looks like our dog. This is Maxi. Yeah. And Smilies. You can never have enough Smilies. Oh. You know, what a huge package. So, everyday stickers are always perfect, you know, for all kind of things. You can just mark things here with those stickers. Also, man kann das einfach ein bisschen markieren hier mit diesen Stickern. Und noch was draufschreiben, wenn man an irgendwas Wichtiges denken muss. Auch diese Wolken sind super dafür geeignet. Oh, so beautiful. See, with some glitter on them. It's a long video, Christy. Just because of you. Because you sent us such a huge package. And more washy samples. Oh. See these things. You know, I can maybe, I can make a weekend banner of those. More Smilies and Dreambows and Stars. Merry Christmas stickers. Yeah. I'm slowly slipping into Christmas mood. Ich werde, ich kriege gerade so langsam Weihnachtsstimmung. Wir haben unsere Adventskalender-Videos, nehmen wir gerade auf. Deswegen, oh. Don't you love them? Yeah, I do. Sample. Christy, where on earth do you have all these wonderful stickers from? Oh my God. And to-do list. That's very cool for me. You know, I have to-do list. I need to-do list. So, you see what's in a planner-buddy package. How many things there are. And you know, I totally love... Christy is a long-term customer, not a customer, a long-term planner-buddy, actually. She sends us a package nearly every month and I have the honor to unpack them. Ich darf die entpacken und euch zeigen. Und jedes Mal habe ich das Problem, was gebe ich überhaupt ab davon? Ich sitze nur mal an der Quelle. Sorry, aber das tut mir leid. Aber irgendwie, ich weiß immer so viele schöne Dinge, die man damit machen kann, wenn man das hier so sieht. Und deswegen fällt es mir immer nicht so leicht, sagen wir so. Okay, also das alles könnt ihr dennoch im planner-buddy-club kriegen, wenn ihr Mitglied seid. Ja, und wie funktioniert der planner-buddy-club? Ganz einfach. Ihr tragt euch in den planner-buddy-club ein, schickt uns ein Paket und wir schicken euch eins zurück mit Sachen von anderen planner-buddies von überall auf der Welt. Oder aber mit unserer Kollektion, der exklusiven Kollektion, die es nur in dem Monat im planner-buddy-club gibt. Oder aber ihr könnt euch da eintragen für einen Geldbetrag pro Monat und da ist schon ein Versand mit drin und wir schicken euch die exklusive Kollektion. Und wiederum Sachen von unseren planner-buddies hier, all diese wunderschönen Dinge, die ihr hier seht, können in eurem nächsten planner-buddy-paket sein. Ja, so the planner-buddy-clubs works the following. So whether you swap with us, you send us a package and we send you one back with an exclusive collection we create for that month for Simple Life Stories. And or you subscribe to the planner-buddy-club and we send you a package with the exclusive collection and things from other planner-buddies. In both cases, we do that. The package is the same, whether you are subscribed or you swap with us, doesn't matter. It's just what you prefer to do. So if you want to be surprised from us each and every month, subscribe to the planner-buddy-club, send us a package or wait for us to send you the package. Just depends if you pay for your package or if you swap with us. In any case, I would love to have you with us because I love to get all these stickers and stationeries from all over the world where, you know, I do not get these beautiful smileys and these lovely samples from washi tape anywhere else. I just get them here from you guys. So I totally love exchanging things with you. Chrissy, again, thank you so much for your planner-buddy package. I look forward to the next one to be honest. So have a merry Christmas and I see you next year. Ich wünsche euch alle ein schönes Weihnachtsfest, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen. Und ja, ich freue mich auf eure planner-buddy-pakete. Bis dahin. Tschüss.